Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Matago-Video. Diesmal schauen wir uns an die Polynom-Funktionen und zwar die Anzahl ihrer Lösungen. Das ist immer ein großes Thema, ganz, ganz wichtig. Schauen wir es uns einfach mal an. Ich habe euch jetzt hier mal eine super Übersicht sozusagen hergerichtet. Lasst sie einmal auf euch wirken und wir schauen uns jetzt an, was das denn eigentlich alles hier zu bedeuten hat. Wir sehen jetzt hier mal in der Spalte jeweils, wie viele Lösungen sozusagen möglich sind. Und hier ersten Grades, zweiten Grades, dritten Grades, vierten Grades, die sollten euch sowieso bekannt sein, auch von der Form her. Und wir sehen jetzt hier einerseits einmal, dass wir, wenn wir ersten Grades sind, nur eine Lösung haben können. Es ist nicht möglich, dass es zwei, drei oder vier Lösungen gibt zum Beispiel. Wenn wir zweiten Grades sind, können wir zwei Lösungen maximal haben. Es ist nicht möglich, dass wir drei oder vier Lösungen haben und so weiter. Das heißt, wir können hier schon mal rauslesen Folgendes, nämlich der Grad einer Polynom-Funktion sagt aus, wie viele Lösungen diese Polynom-Funktion maximal haben kann. Und wenn wir von Lösungen sprechen, dann meinen wir natürlich die reellen Lösungen. Es gäbe grundsätzlich natürlich noch komplexe Lösungen, aber die wollen wir jetzt hier in erster Linie natürlich nicht betrachten, sondern es geht um die reellen Lösungen. Also eine Polynom-Funktion, je nachdem, welchen Grad diese Polynom-Funktion hat, entsprechend so viele Lösungen, reelle Lösungen kann diese Polynom-Funktion haben. Was wir jetzt in weiterer Folge sehen, sind hier zwei weiße Kästchen, nämlich bei keine Lösung, und zwar beim Grad 1 und beim Grad 3. Währenddessen beim Grad 2 und beim Grad 4 ist es sehr wohl möglich. Daraus können wir folgendes schließen, und das wird auch so weitergehen. Wenn der Grad ungerade ist, dann haben wir auf jeden Fall mindestens eine Lösung. Es ist nicht möglich, dass eine Polynom-Funktion ungeraden Grades keine reelle Lösung hat, sozusagen, sondern sie muss mindestens eine reelle Lösung haben. Währenddessen die Gerade, die gerade sind, sozusagen, die können sehr wohl auch gar keine reelle Lösung haben. Das liegt einfach daran, dass Polynom-Funktionen geraden Grades quasi von oben kommen und wieder nach oben gehen, beziehungsweise von unten kommen und wieder nach unten gehen. Das heißt, wenn die rechtzeitig sozusagen die Kurve kratzen, also noch vor der x-Achse wieder nach oben gehen, sozusagen, oder halt nach unten gehen, je nachdem halt aus welcher Richtung sie kommen, dann ist es möglich, dass sie auch gar nicht diese x-Achse berühren oder schneiden. Und entsprechend ist es natürlich dann auch möglich, dass wir gar keine Lösung haben. Währenddessen die Polynom-Funktionen ungeraden Grades müssen entweder von unten kommend nach oben gehen oder von oben kommend nach unten gehen. Entsprechend dann immer die x-Achse in irgendeiner Form einmal schneiden. Und genau deshalb ist es eben so, dass Polynom-Funktionen ungeraden Grades mindestens eine Lösung haben müssen, währenddessen Polynom-Funktionen geraden Grades auch gar keine Lösung haben können. Wie gesagt, wir sprechen immer von reellen Lösungen. Wenn wir das Ganze nochmal kurz zusammenfassen, der Grad einer Polynom-Funktion gibt eben an, wie viele reelle Lösungen diese Funktion maximal haben kann. Polynom-Funktionen geraden Grades können auch gar keine reelle Lösung haben, währenddessen Polynom-Funktionen ungeraden Grades müssen mindestens eine reelle Lösung haben. Und wenn wir das Ganze jetzt noch weiter spinnen, was bedeutet das dann eigentlich für Nullstellen, Extremstellen, Wendestellen? Ihr müsst euch jetzt vorstellen, wenn eure Polynom-Funktion geraden Grades ist, haben wir ja festgestellt, kann es gar keine Lösung geben oder bis zu dem Grad sozusagen, den die Polynom-Funktion hat. Das heißt, sie hat zwischen Null und N Nullstellen. Wenn wir jetzt dann das Ganze weiterbrechen auf die Extremstellen, eine Polynom-Funktion geraden Grades einmal abgeleitet, hat dann natürlich entsprechend eine ungerade erste Ableitung, weil ja im Zuge der Ableitung immer ein Grad verloren geht. Das heißt, eine Polynom-Funktion geraden Grades hat in der ersten Ableitung eine Polynom-Funktion ungeraden Grades. Ungerade, haben wir gesagt, muss es mindestens eine Lösung geben. Das heißt, eine Polynom-Funktion geraden Grades hat mindestens eine Extremstelle, weil ja die erste Ableitung dieser Polynom-Funktion geraden Grades ein ungerader Grades ist. Das ist jetzt ein bisschen verwirrend, aber wenn man sich das ein bisschen in Gedanken sozusagen durchgehen lässt, kommt man dann auf jeden Fall darauf, dass eben es fix jede Polynom-Funktion geraden Grades muss mindestens eine Extremstelle haben, weil eben die erste Ableitung ungeraden Grades ist. Bei den Wendestellen ist es wieder so, dass eine Polynom-Funktion geraden Grades nicht zwingend eine Wendestelle braucht, weil die zweite Ableitung einer Polynom-Funktion geraden Grades wiederum eine Polynom-Funktion geraden Grades ist. Und da haben wir ja festgestellt, es kann auch sein, dass es gar keine Lösung gibt. Das heißt, eine Polynom-Funktion geraden Grades hat auf jeden Fall eine Extremstelle, aber nicht zwingend eine Wendestelle. Und sie muss auch nicht zwingend eine Nullstelle haben. Wenn wir jetzt hingegen eine Polynom-Funktion ungeraden Grades betrachten, ungerade muss mindestens eine Lösung haben, das heißt, die hat fix auf jeden Fall eine Nullstelle, kann aber wiederum bis zu N Nullstellen haben, je nachdem wie groß der Grad sozusagen ist. Extremstellen wiederum müssen nicht zwingend vorhanden sein, weil wenn ich jetzt eine Polynom-Funktion ungeraden Grades ableite, kommt natürlich eine Polynom-Funktion geraden Grades raus, weil eben wieder ein Grad verloren geht. Und geraden Grades kann auch gar keine Lösung haben. Entsprechend kann es sein, dass in der ersten Ableitung, wenn wir diese Null setzen, auch gar keine Lösung rauskommt. Währenddessen die zweite Ableitung ja dann wieder ungerade ist. Ungerade muss mindestens eine Lösung haben. Und das wiederum bedeutet, dass eine Polynom-Funktion ungeraden Grades mindestens eine Wendestelle haben muss. Vorausgesetzt natürlich, sie ist mindestens dritten Grades, weil eine lineare Funktion hat natürlich keine Wendestelle. Aber ansonsten hat jede Polynom-Funktion ungeraden Grades immer mindestens eine Wendestelle. Eben aufgrund dessen, dass die zweite Ableitung einer Polynom-Funktion ungeraden Grades wieder ungerade ist und entsprechend dann mindestens eine Lösung haben muss. Das war es zu den Lösungen, also der Anzahl der Lösungen von Polynom-Funktionen und eben im Hinblick auf die Extremstellen und Wendestellen dann natürlich auch. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und konnte euch ein paar Einblicke geben. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in einem der anderen Videos wiedersehen.